Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Zuchthaus und so ausgesucht. Schaffst du also das Ziel? Zeitlimit von 5 Minuten. Machen wir mal gleich mal auf 15. Ja, wohl neun Leben. Es scheint wohl ne kleinere Myth zu sein, tatsächlich. Aber schauen wir mal. Aber die Leben auch hochsetzen, oder? Nee, machen wir erstmal so, wie sie eingestellt ist. Lass mal gucken. Na okay, dann machen wir 5 Minuten. Was? Ja, die wird nicht lange sein. Also glaub ich nicht. Naja, wir werden das Killermap sein. Also ich hab Vertrauen in der Banausen. Oh what? Gott. Ich hasse diese. Ich hoffe ja tatsächlich bei dem Spiel, dass sie mit, ich sag mal in den zukünftigen Updates noch mehr Sachen reinbauen. Also auch zum Map bauen und sowas. Also wenn ich was hasse, dann sind das Bälle. Ach du scheiße. Ja. Ja. Seit dieser einen besonderen Karte da, ne? Nein du Sack! Ich hab noch nicht gehört zu springen. Äh. Okay. Wie hoch springst du denn? Ich bin noch da. Und wie geht's jetzt hier weiter? Der Runde ist ja checkbar. Muss man da todesstammmäßig drauf oder wie? Ja. Ich hab... Ja. Sag mal der Sidenhab ist ja schon. Leicht eingesaut hier. Wo haben's? Den Hammer hab ich jetzt gar nicht gesehen. Der sieht bei mir viel weiter weg aus. Den hast du nicht kommen sehen, ne? Ne vor allen Dingen, der sieht viel weiter weg aus, weil der so klein ist. Ja. Ja. Guck. Hä? Was ist das für ne Grafik? Ja guck mal wie... Guck, guck. Anno, wenn immer hier was. Guck mal her. Ah! Ich bin zu unfähig um gerade auszulaufen. Das gibt auch gar keinen Sinn. Das gibt auch gar keinen Sinn. Das gibt auch gar keinen Sinn. Hammer. Guck mal. Guck mal den anderen aus. Jetzt lauf halt mal, Anno. Ich trau mich jemanden. Meine Güte. Ich weiß ja nie, warum mich was erwartet hier. Ich bin aber auch zu unfähig um gerade auszulaufen. Was ist das denn hier? Wohin denn? Okay, hier steht so ein... Da durch? Da drauf. Wir gehen jetzt? Äh. Gehe weiter oder nicht? Ah, hier unten ist ein Checkpoint. Wo? Hier dringend unter uns. Wenn du da mal hin? Das macht Spaß da unten! Ich bin so unfähig gerade auszulaufen! Da ist auch nix. Ich gucke auch, ob da irgendwo was ist. also wie viel bellig auf dem boden ich bin zu und wie ich gerade auszulaufen ok ich sehe auch nichts das ohne jemand sein sollte falsche seite das ist ja diese mini blöcke hier ne wie sagst du darüber gekommen über das gitter unten ist ein checkpoint valvo da wo Anno ist jetzt ah ok danke das wäre so ein fahrender mittelfinger da sind schon wieder so ein hammer der fahrende mittelfinger geht doch jetzt auf kabel 1 der fahrende mittelfinger Galileo missen hey wir haben jetzt an zu schießen ach der hammer hier ist näher als was man denkt ja ich hab's nur schnetzeln gehört das ist alles so eine optische täuschung hier ja ne also das geradeaus laufen war wirklich noch das schlimmste grad bisher das das wääh ne 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 geradeaus laufen 1 minute 2 alter Komm, hilf schneller. Nein, ich zieh die Bombe! Aha, okay. Nicht die Bombe, nicht die Bombe. Okay, ich geb mich einfach Opfern. Das war das eine Ahnung. Ich hab da so nen Fuß verloren. Aber ich hab nen Jackpot erreicht, das ist mir so wert. Ah, weg! Boah, das ist ein Segelblatt, das ist doch ziemlich schwach. Hey, lauf durch! Da ist bestimmt irgendwo n' Ziel! Boah, ist das Hell hier? Alter, blind! Boah! Da hinten ist noch n' Checkpoint! Nein! Sieben, sechs, Ando gib Gas! Wo ist das? Vier, drei! Okay, okay, noch mehr Zeit, glaub ich. Das wird nicht ein kleine Map sein! Ja, ja, ist klar! Und Leben machen wir mal auf... ...25. Zeit auf... ...15. ...20. ...25! ...100! Ah! Null! 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 Und wir würden schon mal auf... ...und wir würden schon mal auf... ...denn ja immer noch das Ziel, das war immer nur engen Checkpoint weiterer. Ja, danke! Nehmen eins! ... Er könnte schon mal weiterlaufen, da. Huii! Juuuuhuuu! Ach, unfähig! Geradeaus laufen! Ich... Ach Gott, ey! ... ... ... ich bin zu unfähig, um geradeaus zu laufen. Aber der Kruppel haben wir wieder. Oh, jetzt bin ich jetzt mal in den Skillsprung, ne? Boah, hä? Hey! Hey! Du hast mich weggedrückt! Aua! Sehr schön! Auf dem Checkpoint zerklatscht. Ach, fick dich! Ach, man geht doch mal weg davon im Klotz! Ja, gab ich auch mal erst mal springen? Ne. Ne. Ich finde auch, dass teilweise die Klötze hier irgendwie so optisch verschoben sind. Ja, das ist die Map, die arbeitet mit optischen Täuschungen. Aber hallo! Nein, Bombe! Aua! 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 Candy Meat steht da hinten. The Candy Meat da 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 da! Danke! Weil ich hab nichts gemacht! Aua! Aua! Dann hebelst du, aber der Hammer! Der Hammer! Ey! Da reist er mich mit in den Tod, ey! Es ist okay mit der Nano. Alter, was geht denn da für eine Kreissäge? Bisschen laut! Bisschen laut! Boah, das wär wahnsinnig! Der Horror! Ja! Wie hab ich denn das Arm verloren? Hallo! Weil rechts da irgendwas durchglitscht! In diesem Halbhirn! Halbhirn! Ja, diese... Du wirst dich erinnern aufs E-Beams, Stefan! Halbhirn an Auge! E-Beams! E-Beams! Checkpoint... Aua! Aua! Und der ist jetzt einfach so hell! Das ist hier da oben! Aua! Aua! Ist das wirklich fiel? So hell! Aua! 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 äh sich das jetzt richtig bis über die muss doch so schaffen oder musst du auf dem block der fahrenden block musst du springen naja soweit bin komplett am ende ist jetzt fährt er weiter der fikaner gerade ist er ganz entstehen ernsthaft springen also auf den drauf springen oder was oder auch hier drauf ja dann fährt er aber nicht weiter ja genau das ist mein problem gewesen gerade die ganze zeit jetzt fährt er legt dich mal da drauf ich wollte nicht da runter gehen man klebt da drauf fest wenn man da wieder runter springen will fick dich fick dich ins du bist durch oder was nee ich bin mit dem scheiß fahrenden block da achso wohin das ding hat sich bewegt als ich drauf stand das ist doch unfair da ist der start wohin da ist das goal ja ja oder ja geh weg geh weg geh weg da scheiße einfache endung weg mann das war auch nicht näher eben hör auf den stühlen zu werfen du sack oh du gott du schaffst das Oh Gott! Oh ist das hell! Da bist du! Oh mein Gott! Da! Lauf ich grad richtig! Hallo! Geh weg mit der Einblendung! Vorsicht da ist ein Messer! Genau! Noch ein höher! Und dann muss er auf den Gitter da! Mit ganz viel Anlauf! Oder ganz viel Anlauf da rüberspringen! Auf was? Aufs Gelbe? Auf Checkpoint oder was? Nein auf dem Block der da ist! Da ist ein blauer Block! Okay! Das ist aber die anders gefärbt! Bei mir ist der nächste da schwebt gelb! Nein der Hut! Das war zu viel Anlauf! Jaaa wir haben gelacht! Eigentlich noch nicht! Ich wollt grad! slime ich hab mehr veratmen mit 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 wenn hier Ah Gott! Scheissweb! Ok, was haben wir sonst? Workshop Maps Klatsch und weg. Klingt doch witzig. Oh, da kriegst du auch Jolo stellen. Was bedeutet 12-5 eigentlich genau? Was? Zeitlimit? Achso. Was heißt die 5? 12,5 oder was? Keine Ahnung, 12 zu 5. Exadezimalsystem. Ja, probieren wir es so oder überschreiben wir es gleich einmal. Ja, obwohl. Komm, machen wir es. 12 mit Rundern reicht doch von der Zeit her. Wir müssen ja zeitlich auch fertig werden. Nope. TTT wartet ja schon in der Stadt. Direkt am Anschluss. Völlig, naja, es geht. Oh Gott. Für euch nur ein paar Tage dazwischen. Alter, guck mal unten rechts, die Messer. Aua. Ich bin die nicht, ich bin die nicht, ich bin die nicht, ich bin die nicht. Oh scheiße. Erstmal runter sparten hier. Den auch direkt hier. Otto. Nein. Oh mein Gott. Er hatte so einen kurzen Einblick. Aber das hat mir nicht gefallen. Ich will dir nicht boxen, danke. Oh, 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 oh. Ach so nicht, was ist das jetzt? So. Sind hier Löcher im Boden? Ja. Was soll das denn? Du alter Sack. Alter, was ist das hier für ein Hammer? Wollt ihr euch nur ein bisschen boosten? Aua. Lachen wir in den Hammer. Nein. Aua. Na. Na. Na klar, ne. Gehts. Oh, Messer. Der Hammer hält gut da hinten. Ey. Ich hab nichts gemacht. Aber ich hab eindeutig irgendwie geleckt oder so. Boah, ich glaub, dafür, du bist beim Hammer immer getroffen, ey. Der steht doch wieder auf, danke. Nein, ich da. Ich bin nicht mal hin. Du hast ein Checkpoint. Ich kann auch nichts merken, ey. Scheiße. Ey. Warte, ich hab's mir abzuschieben, wir haben so wenig Leben. Aua. Okay. Aua. Alter, das liegt hier aber auch. Ja, nein. Leg mich doch am Arsch. Du scheiße. Gegrüter Weibo. Wies. Irgendwo ein Checkpoint? Was? Ja. Brennend durch. Ich bin brennend durchgekommen. Hier auf der Dingle. Ach du meine Güte. Wie soll man da durchkommen? Haha, ihr Loser. Nehmt das. Bitte nicht. Lass mich erst zum Checkpoint kommen. Erster. Ich bin erster. Komm mal da mit dem Kopf. Ach Gott, ich hasse das. So. Alter. Aua. Ich hab da so'n Fuß verloren. Egal. Du willst nämlich verraten. Du hast ja zwei davon. Eben. Wie sagte der bei 300 damals? Au. Der liebe Gott war so benedigt, dass wir mit 2. Achso. Ja, stimmt. So'n geiler Film. Ja, der erste auf jeden Fall. Der zweite war scheiße. Oh, ja. Oh, ja. This is Sporger. Also der erste war richtig geil. Der zweite, naja. Bitte nicht zersägen, weil... Oh. 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 Alter. Au. Au. Oh. 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 Also ich find der zweite, der hat eigentlich nur so'ne Daseinsberechtigung und nix. Der Film. Im zweiten fand ich richtig mies. Ja. Ist halt einfach ohne Leonidas. Kann das halt nix ohne Gerard Butler. Oh, Leonidas ist ja tot. Da geht ja schlecht. Ja. Ja. Was? Aua. Ich hab eigentlich auch gedacht, dass die, ähm, an den ersten Teil anknüpfen. Wo sie am Ende da diese große Schlacht zeigen. Ein Stück. Hab ich erst gedacht, dass da irgendwas mitkommt, aber irgendwie nicht. Ich weiß auch noch nicht, wohin hier tatsächlich. Oben sind auch immer so'ne Fleischdinger wieder. Ja, ich glaub, da muss sich einer reinfallen lassen. Ernsthaft? Aber wohin dann? Ach da, dann musst du... Ja klar. Und dann runterfallen und damit man da weiterkommt. Dann machen wir das so. Leck mich. Dann machen wir das so. Dann machen wir das, leck mich. So, einmal kurz durch die Laser sprinten, so. YOLO! 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 Ich hör's nur TONG CLONG POINK ZACK! YOLO! 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 Wie hast du das gemacht, ich werd' dir immer nur erwischt, jedes Mal. Wie kommst du an diesem scheiß Hammer vorbei, aua. Hüpf, hüpf, hüpf. Warte. Bitte sag mir, dass du es schaffst bei Naus, ich hab nur noch vier Leben. Hör selber nur noch sechs. Hör mich farsch. Das sah aber lustig aus, Hanno. Das hat mir gefallen. Warum gefällt das? Okay. Die Abkürzung. Wo geht's jetzt lang? Eine absichtliche Abkürzung? Ja. Okay. Wie geht's denn weiter, Banause? Was denn? Wie geht's denn weiter? Wo? Nach dem Hammer? Von da kommt ihr? Du musst durch das Rohr durch. Im Kopf. Ah, okay. Okay. Kommst du hier hinten hin, wo ich hier hüpfe? Ja. Ja. Okay. Aber wie geht's hier weiter? An der nicht oben rum? Wie bist du denn da hingekommen? Ich bin von oben einfach runtergeklatscht auf diesen Checkpoint hier vorne. Ah, weißt du? Direkt bei den Lasern. Cheater wieder. Cheataholic. 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 Hab Aua. Hab Aua. Leg mich doch, du Kackding. Äh. Ich will nicht sagen, aber diese tausende von Messern haben tatsächlich am Ende noch eine Bedeutung. War klar. Aua. Nein. Und ich bin jetzt tot. Ich schoss nicht. Soll man denn da durchkommen? Was kauf ich noch nicht. Wie soll ich denn in der Weiterbahn hause? Rechts runter musst du. Da. Ein bisschen roten. Oh. Da hinten? Ja. Aua. Mann, das war mein Arm. Und dann musst du da rüberspringen. Oh mein Gott. Ey. Ja, mit Anlauf auf jeden Fall. Also ich hab das Gefühl, diese Dinger, äh, die ähm, im Scheiße. Oho, what the fuck. Das ist teilweise verpackt. Ja, die unten, die Messer, die unten, die, den du siehst, die sind da eigentlich. Hass. Ganz viel Hass. Aua. Bist du weiter Anu als ich, ja, oder? Ja, der hat sich ja zu dem, zu dem Checkpoint gecheatet. Ach, ernsthaft. Letztes Leben. Aua. Alter, das geht nicht. Kann ich mich nicht nochmal irgendwo hincheaten? Ach, zeig ich jetzt schon weg, ja, okay, jolo. Okay, dann sterbe ich jetzt eh im Checkpoint. Ist das gemein, im Checkpoint zu sterben. Ja, ähm. Ja. Interessante Map. Ja. Aber muss man jetzt auch nicht nochmal machen. Nö, ist eh folgendende. Genau. Deswegen würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, guckt bei den beiden Jungs vorbei. Links sind die in meiner Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Schlazschut weg. Schlazschut weg. Schlazschut weg.